Der Job ist 7 und gilt. Den Rest hast du gemacht. Ui 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 ui. Bei mir rutschen die irgendwann so. Nein, weicht der mir da aus. Alter Schwede, überall hier Leichen. Der Sheriff führt demnächst eine Säuberungsaktion in der Stadt durch. Und nein, auch ich kenne nicht ihren richtigen Namen. Ich weiß nur, dass sie mich gezwungen hat, His Sheriff zu werden. Dass sie mir eine Höllenangst einjagt. Und dass ich hoffe, dass sie das nicht hört. Alter! Diese verfluchten Elite Marooder, ne? Mit ihren scheiß Schrotflinten, ey. Schaffst du es? Ja, wird eng. Aber selbst wenn. Nein, jetzt. Scheiße. Alter! Hätte ich da wenigstens zum Raketenwerfer wechseln können. Mach jetzt einfach einen auf Nahkampf. Ich schaff es nicht auf Distanz zu ziehen, also renne ich ihm voll die Fresse. Ja, mach ich jetzt auch. Was? Sofort tot. Okay. Heftige Lage. Normalerweise ist das doch nur, wenn man zwei, dreimal stirbt und nicht beim ersten Mal. BAM! Headshot, Junge! Bascapia-gecrankach SATUR Was tickt Ey, bei mir lag das so übertrieben. Was ist? Bei mir lag das so übertrieben. Ich kann mich gar nicht bewegen. Okay. Jedes Mal, wenn ich loslaufe, werde ich irgendwie zurück teleportieren. Wow, ey. Jetzt muss ich erst mal in Deckung gehen. Ich kümmel das da noch auf. Scheiße. Wie ekelhaft. So. Ich bin auf dem Weg zu dir. Oh, ist gut. Wenn ich was beim Sterben bin, nehme ich immer den AG-Curfer. Ich verschwinde. Machst du blitz? Was? Hast du ihn gerade geblitzt? Ja, das ist mein Schild. Achso. Ja, ich habe mich immer ein bisschen. Lass ihn einfach baumeln. Hallo? Darf ich da vielleicht auch rüber? Ja, hat nen Elite beruht. Fuuuck! Was war das? Oh, ich war schnell tot. Komm, schieß, 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 schieß. Alter, wir geben unser ganzes Geld für Wiederbelebungen aus, ne? Ja. Raufgeschissen. Im Moment brauchen wir sowieso kein Geld. Ja, es nervt mich aber trotzdem. Ja, klar. Man kriegt zwar relativ schnell, aber 50.000 ist ja auch nicht, kann man schon in zwei Minuten mehr arbeiten. Naja. Auch wenn ich sonst gar nichts für das Geld brauchen kann. Mein Spielgeiz kommt da immer durch. Kann ja immer sein, dass man irgendwas irgendwann mal brauchen könnte. Er hatte noch vielleicht zwei Prozent. Alter, wie viel die aushalten, ne? Ja, schon. Achso, so willst du das... Alter, jetzt haut er wieder ab hier, die kleine Speckbacke. Ja, okay, er ist nicht fett, aber trotzdem, er riecht nach Speck. Komm her, wo bist du? Och, wieder nach da hinten. Leckt mir doch die Eier. Badass. Toll. Ist das jetzt Säure, Blitz oder beides? Was? Schock war das. Schock war das. Oh, hier noch einer. Hm. Alter, das gibt es nicht. Dass die immer gleich abhauen. Scheiß Wichser. Das ist nervig, ne? Ja. Oh, und er rennt weiter weg. Jupp. Oh, und ich musste nachladen. Scheiße. Das gibt es nicht, ey. Dann habe ich auch noch so eine schlechte SMG hier gerade. Die hier nehme ich jetzt an. Die ist etwas besser zumindest. Und dann voll daneben gebratzt. So, das war mir jetzt total... Alter, kommen da noch mehr von hinten an. Ich glaube, Feuer schaffen wir nicht. Ne. Wir schaffen sowieso kaum welche. Wir müssen jetzt mit Korrosion... Mit Ko... Korrosion nicht Korrosion. Ja, wie gesagt, wir müssen die zwei oder drei, die wir gleich gemacht haben. Okay. Wer tut die Granaten und was? Ja. Wer bereit? Ich glaube, das war's jetzt auch hier erstmal. Das müssen wir dann beim späteren... Anziehen. Treffen hier. Nee, hier ist noch einer. Das ist halt immer wieder neu. Scheiße, jetzt habe ich ihn per Nahkampf erledigt. Ja. Muss ich andersrum machen. Ich verpasse den erstmal Nahkampf. Was ist denn da? Was ist denn da? Das muss ich auch noch mal. Wenn ich irgendwie so etwas schieße, dann schieße ich mich auch. Ich schieße immer ja auch. Wir da rein. Spacken! Bleib jetzt hier! Das gibt es nicht, ne? Der wird schon wieder ab. Und warm. Der Sheriff bietet 500 Dollar Belohnung für jeden Lamp-Hall. Oh verdammt. Ich vergesse, dass ich die One-Hitte. Also seht euch vor! Noch 4 Korrosion. 60. 5. 73. Banditen würden wir, also mit Explosionen würden wir noch schaffen, aber vorher nicht mehr. Da ist keine Nahkampf gehen. Ja. Feuer müssen wir einfach weglassen, das ist perfekt. Weil ich das vorher gewusst hätte ich Feuer genommen, das ist eine stärkere Waffe als Blitz. Ja. So. Ich glaub das war's jetzt hier, doch. Dann müssen wir weiter nach da hinten, aber noch mehr. Ja. Ja. Okay. Nicht alles Gags sind bösartig. Der Kleck sieht ja todtraurig aus, wie er da so angekettet ist. Vielleicht sprengst du seine Ketten und befreist ihn. Oh, der kleine Kerl scheint verletzt zu sein. Okay, du Kino. Seine Mama muss ihn wohl verlassen haben oder so. Normalerweise würde ich ihn mit einer Granate füttern, aber er scheint ganz brav zu sein. Du könntest die Medizin besorgen, damit er nicht mehr so erbärmlich rumwinselt. Okay, jetzt helfen wir einem Skeg-Welpen. Da oben ist sie. Na klar ist sie da oben. Warum sollte sie auch hier unten liegen? Warum hier unten, wenn es auch da oben geht, ne? Bis da? Gut. Gib du Kino die Medizin. Oh, er scheint Hunger zu haben. Wo? Kann man den hier einfach abknallen? Jetzt können wir ihm noch was zu essen holen. Bleibst du sonst beim Hund? Einfach? Dann kannst du das da sofort abliefern, sobald ich das habe. Und ich sprintier hier eben durch und mach das. Hier bin ich falsch. Alter mal ehrlich, wo ist das? Super ey. Okay. Okay. Hier seid ihr die Winger, der euch daran erinnern möchte, dass ihr immer noch flüchten könnt. Der Sheriff wird euch außerhalb Blindschutz nicht verfolgen. Und ich ganz sicher auch nicht. Also, haut ab! Rettet euch! Da glaub ich nicht! Alter Schaschbacken! Wie die mir auf den Sack gehen hier! Fuck! Alter! Gleich der erste Gegner, weißt du? So ein scheiß Head-away. Ganz ehrlich, kommt da mal mit, weil da sind auch noch Banditen, die wir erledigen können. Ich komme hier vorne. Ich komme hier vorne. Hup! Ah, hier vorne ist noch. Ich scheiß jetzt auch drauf. Das heißt... Das ich wieder mal eine richtige Ausrüstung nehme. Oh, hier ist ganz knapp. Eben auf dem Weg. Alter! Scheiße Pisser! So, Korrosion. Einen Schock haben wir. Fehlt noch Korrosion. Alter, genau! Wow! Wow! Das ist wirklich keine, leider. Habe ich einen Raketenwerfer. Hast du einen Raketenwerfer der Explosionen? Raketenwerfer und Standardgranaten zählen. Granaten auch? Ja, wenn es Explosionsgranaten sind. Also meine sind es. Okay. Ich habe Longbow Transfusion, aber ist auch Explosionen mit bei. Da steht unten drunter welches Element das ist. Ja, das ist Explosionen. Dann werde ich halt mal ein paar Granaten und hoffe auf mein Glück. Ja. Granatenszen und Granatenbunk für die beste Option. Ich habe einen Background-Bunk. Das ist doch natürlich eine Formulierung. In der Mitte der Mitte? Ich habe ja noch versucht, das ist ein, das war ja noch nicht. Well, das war ja noch nicht. Und, das war ja schon. Vielen Dank.